Was ist dein Name? Mein Name ist Ali. Und du kommst von wo? Wir kommen aus Deutschland. Also viel vergnügen hier auf unserem Markt in Brümmen und ich hoffe, dass sie viele Kunden bekommen. Ja, hoffentlich. Dann schaue ich erst mal ein wenig rum. Ja, machen wir. Viel Vergnügen. Tschüss, tschüss. Glaubst du, dass die Frauen in Brümmen das tragen? Ja, doch. Für Party und so. Für eine Party? Oder für Hochzeit. Ja, ja. Ja, komm eens kijken. Komm her, komm, komm. Guten Morgen. Guten Morgen. Mein Name ist Babbel. Sie war Kaffeetante auf dem Markt hier. 28 Jahre. Ja, ja. Ja, ja. Das ist gut. Ja, ja. Ah, Bettini, schau mal an. Komm her. Ja. Komm, Bettini. Oh ja, das ist prachtig. Ja, nee. Denkst du Gerhardt das schön findet? Ja, nee. Das ist nicht für mich. Auch für die Kerstdagen? Nee, das machen wir so. Even nach der Kippenboer. Even nach der Kippenboer. Doei, doei. Morgen. 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 Kijk eens. Nee. Is dat wat voor u? Nee. Dag mevrouw. Kijk eens. Dit is nieuw op de markt. Geweldig, geweldig. Ja, kijk. Ja. Niet van mij, maar wel geweldig. Wel geweldig, hè? Ja. Geweldig, geweldig. Ja. Geweldig.